Leute, wir sind wieder da. Versuch Nummer 1 Million, gefühlt zumindestens. Wir sind in der Scheune gespawnt, also man spawnt ja mal so paar Sekunden oder paar Minütchen vorher. Wir haben nicht gerade geguckt, aber hier ist nichts. Doch, hier ist was. Red Tricksuitpants, rote Hosen. Oh, ich bin auch in der Scheune gespawnt. Ja, wir spawnen ja immer. Das ist ja sozusagen... Ah, jetzt läuft es bei mir auch flüssig. Das ist ja sozusagen immer so ein bisschen... beim letzten Spawn. Pass auf, links ist ein Zombie zwischen den zwei Scheunen. Ich werde mich schon mal wieder zum Militärgebiet begeben hier, zu der Polizeistation. Mit der Hoffnung, dass wir da endlich eine coole Waffe finden. Oder zumindest ein Attachment für eine Waffe. Wir haben das jetzt so abgemacht, dass immer wenn einer so ein heftiges Gebäude lootet, in Klammern... Ob man da zu heftig sein kann, ist eine Sache, aber... Ich finde... Also sagen wir einen gefährlich. Oh, geil, hier sind Chips. Badly Damage, ja... Nimm ich die mit? Ich weiß, nee. Habe ich zu wenig Platz für. Diese Crunchy Chips, kennst du die nicht? Die man so ganz oft essen kann. Das habe ich... Das habe ich immer am... Ja, ich denke, das soll einfach nur ganz normales Kellogs darstellen. Das habe ich damals immer gegessen. Das und Reis. Weil davon... Hast du mal so ein oder zwei Sachen im Inventar gehabt, aber du konntest immer essen. Immer, wann du wolltest. Der ist ja wahrscheinlich schon ein bisschen länger online zu sein. Oh, hier ist eine Magnum. Soll ich die mitnehmen? Ich habe keinen Platz. Hast du ein Magnum-Magazin? Ohne Magnum. Ja. Okay, dann kannst du mal eben hier reinkommen, looten. Ich habe ein Starter-Kit gefunden. Ich glaube, ich kann das jetzt kombinieren. Nee. Dann war das umgekehrt. Dann muss ich das hier wegtun. Jetzt habe ich es verbuggt. Really? Ja. Erst oder zweite Etage? In der zweiten. Glaube ich. Ja. Dankwohle, Lawali. Falls du irgendwas für so ein Bloodpacket findest, kannst du mir auch Bescheid geben. Hier ist eine SKS. Und ein PU-Scope. Was meinst du, was ist besser? Eine Karabiner oder eine SKS? Bei der SKS kann man Clips reintun, oder? Boah, da bin ich jetzt echt super krass. Ich teste das einfach mal. Auf den Clips soll ich sehen. Ah, ich nehme eine SKS, weil da konnte ich gleich mehr Schuss reinpacken. Bzw. habe ich jetzt irgendwie alle Waffen dabei. Das ist ja komisch. Moment. Ach, passt schon. Okay, egal. Das passt schon, das passt schon. Soll ich dann gucken, ob der Skop da dran geht? Jawohl, da passt sogar auf. Die SKS drauf. Ist nur leider badly damaged. Aber das heißt, wir können schon mal anfangen zu snipern. Okay, wir können nicht damit anfangen zu snipern. Der ist echt badly damaged. Wir müssen einen Scope suchen, Perry. Ach, Kacke, nee. Ich habe doch keine Munition für die Magnum. Ich dachte, ich hätte welche. Oben findest du diese Waffe, die ich habe, falls du die haben möchtest. Weil dann haben wir für beide Munition. Du kannst halt immer nur einen Schuss abgeben. Das ist ein bisschen blöd. Ja, mit der AKM kann ich ja auch einen Schuss abgeben. Okay, dann macht das keinen großen Unterschied. Dann lass schnell weiter, weil das Gebiet ist hier gefährlich. Wird hier schon ein, zweimal getötet. Unser Ziel ist natürlich das Nord-West-Airfield. Ich habe jetzt das Visier weggetan. Dadurch, also Badly Damage, da habe ich echt nichts durchgesehen. Da spiele ich lieber ohne Visier. Und wie wir abgemacht haben, gehen wir nicht an der Straße, sondern wir werden oben am Baum, also an den Büschen entlang gehen. Da ist ein Zombie. Da ist ein Zombie. Selten, dass man mal einen Zombie findet. Normalerweise finden die dich immer durch 10.000 Bände und Häuser durch. Aber... Bei mir wachst du gerade leicht rum. Weißt du? Bei mir leuchst du flüssig. Du ziehst die ganze Zeit die Waffe so und bewegst dich dabei. Du bewegst die Beine nicht, du bewegst nur deine Arme. Ah, den Bug kenne ich sogar. Also falls wir ein Militärgebiet finden, wir können hier noch ein, zwei Häuser durchgehen, die etwas weiter weg von der Hauptstraße sind. Vielleicht finden wir ja doch noch eine Tasche für mich. Aber sonst... Also ich würde gerne eigentlich so Richtung Pustoschka, Wibor, Nordwest-Airfield, da so rumdümpeln. Ich glaube, da begegnet man, oder da findet man die coolsten Leute. Also da denke ich auch die meisten so. Ja, man muss ja auch dazu... Ja, man muss auch dazu sagen... Ne, ich glaube, die meisten sind bei Renzino. Aber die haben jetzt die Spawns geändert, schon ein bisschen länger her. Die haben die Spawns Richtung Wibor verschoben. Das heißt, du hast eine extrem hohe Chance, bei Wibor zu spawnen. Ich bin da letztens sogar dreimal hintereinander gespawnt. Und ja, da ist PvP-Only-Zone. Also da muss man extrem aufpassen, weil da sind ja überall diese Militärgebiete. Aber hier, hier ist alles friendly. Dieses grüne Haus würde ich noch gerne mitnehmen. Mit dem kaputten Fenster. Wo die Tür nicht aufgeht. Ein bisschen was für das Bote. Haben wir hier was? Au, ich habe pennt. Ich habe diese getarnten Hosen gefunden. Cool. Sommer-Hunter-Pants. Das ist sehr geil. Die habe ich auch. Wir sind dabei, unsere Equip zu vervollständigen. Ich habe hier immer Hunger. Ich esse nochmal eine Runde. Dafür ziehe ich mal die Achse drauf und öffne das mit der Axt. Und dann essen wir. Okay, ich habe gerade 62% vom Essen kaputt gemacht mit der Axt. Vielleicht sollte ich doch den Dosenöffner benutzen. Ich hätte jetzt auch schon ein bisschen Hunger. Was für einen Kopfschutz benutzt du? Ich habe eine Gasmaske. Ach, eine Gasmaske. Und dann ein Boni-Head. Meinst du, es gibt schon irgendwie sowas für Gas? Du weißt, bist du eigentlich schon weiter genossen? Ähm, nee, ich bin immer noch in dem Haus. Also, ah ja, da kommst du. Warst du schon in dem Haus gegenüber, wo ich jetzt gut drauf zulaufen? Dann nehme ich das hier auch noch mit. Du bist echt aufgeschmissen, solange du keine Tasche hast. Ohne die Tasche kannst du einfach nix mitnehmen. Wirklich nix. Das Haus scheint wie gar kein Loots von zu haben. Doch. Doch hat das hier. Aber nix Besonderes. Dann lass schnell weiterlaufen. Also, ich habe mit meiner SKS jetzt, glaube ich, mehr Schuss. Ich habe zehn Schuss. Ich glaube, da kosten vier oder fünf auf einmal. Ich kann es mal eben einfach testen. Zehn waren es, glaube ich. Jack? Ja, es gibt es. Ja, zehn. Und ich brauche keinen Clip. Obwohl, es gibt, glaube ich, einen Clip dafür. Bin ich mir ziemlich sicher. Kennst du diesen Weg? Den laufen wir, oder den fahren wir immer mit dem SUV entlang. Ja. In dem Bischen bin ich sogar ein bisschen getarnt. Ja. Jetzt hätte ich Bock auf den Come of a Parry. Schau mal vor, wir erschießen jetzt hier ein. Ich würde mich mega feiern. Mega awesome, ey. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden in DayZ Standalone erschossen, weil ich noch nie jemanden begegnet bin. Die waren alle verballt oder so. Oder halt im Stream, wo wir dann hinterhältig erschossen haben. Das ist eine Kuh-Parry. Diesmal schaffe ich das. Diesmal hält mich kein Server-Shotdown auf. Ich würde jetzt aber jetzt wieder restarten. Das ist mega lustig. Das ist, glaube ich, sogar ein El... Nee, da sind zwei Kühe. Ich werde doch vorher noch mal drunter trinken. Oh, ich muss wieder essen. Hast du vielleicht eine Sardine für mich? Aber machen wir später, machen wir später. Verständlich. Fürsichte, Sardinen... Speck, Bohnen, Diss, was dein Herz begehrt. Wir müssen unbedingt mal beraten. Ich habe noch die eine Aufnahme mit dem Dante. Ach, guck mal, das ist eine ganze Kuhherde. Fünf Kühe, sechs Kühe sehe ich hier. Hier sag ich also. Kuhherde, die sind mega lustig. Aber die haben BSE. Die haben BSE, die müssen getötet werden. Guckt ihr an, die weiße Kuh. Es gibt keine weißen Kühe. Es gibt nur lila Kühe. Und... Patz. Ein Schuss in den Hals. Eigentlich voll unlogisch, dass sie sofort umfällt. Kann ich die Kuh irgendwie... Mit der Axt? Nee, kann ich leider nicht. Schade. Okay, wir können weiterlaufen, aber Perry. Ich... Ich... Ich packe sogar die Waffe weg. Ich laufe ohne was. Weil dann sind wir schneller unterwegs. Ich werde aber die Waffe... Ich werde die Waffe einmal entladen. Mach wieder eine 10er Magazin. Und load Ammo. Ich muss sagen, ich finde die SKL ist ganz cool, weil dafür brauchst du keinen Clip, ne? Du kannst hier halt so nachladen und du hast wirklich mehr Schüsse drin. Also, als Anfangswaffe ist sie perfekt. Auf jeden Fall. Vor allem noch mit einem Visier oder so. Ich weiß halt nicht, wie viel Schaden die macht. Ich glaube, ihr macht dafür weniger Schaden. Und ich weiß nicht, ob man... Die SPS macht gut Schaden. Ich weiß auch nicht, ob man mit der Dauerfeuer machen kann. Glaube ich weniger. Also, man kann, glaube ich, schon so dumm machen, aber es verzieht halt, ne? Man kann dumm, dumm, dumm machen. Man kann immer ganz düdüm machen. Aber hier hatten wir mal einen krassen Fight in einem Livestream. Da hatten wir einen V3S. Da haben wir eine Mission gemacht hinter uns. Und das hat sich dann ein bisschen hochgezogen, weil hier... Von hier aus haben wir uns so hinterhältlich angegriffen. Wie mies. Da warst du... Da warst du sogar dabei. Da haben wir die getötet. Die hatten einen M14 und alles dabei. Da haben wir sogar noch mit Luca gespielt, dem Verräter. Luca. Alter, Luca schaut sich, glaube ich, die Centelo nicht an. Ich freue mich schon, wenn... Hier schaust du das Kommentar unter dem Video von dem. Ich gucke das Video vor, du bist scheiße. Ich freue mich, wenn sie in Hall abhaut. Dass die Community anfängt, hier das zu patchen und hast nicht gesehen. Aber ich glaube, die Community wird das so geil machen. Wird mega bombig. Potenziale sind bei da. Ich glaube, ich habe mich erkältet in Real Life. Kennst du das, wenn... Kennst du das, wenn du so kurz vor der Erkältung bist, du merkst das einfach im Hals, du bekommst dieses Gefühl... Ja, ja, ich habe das auch momentan. Du musst zwischendurch reusten, ein bisschen husten. Ich glaube, mich hat ein Zombie angesteckt. Ich mache mir gleich einen Tee. Nächste Mal in Sourdon ist, mache ich mir einen Tee. Ein... Boah, ey, du bist ein Genie. Ein heiße Blüte-Tee. Ne, irgendwas heiße Liebe heißt das, glaube ich. Heiße Liebe, boah, der schmeckt so geil. Der schmeckt... Ne, das ist dieser... Kennst du diese von Haribo, diese ganz großen Würmer? So halb Schaumstoff, also halb Schaum... Schaumstoff. Nein, also diese halb weißen Schaum... Gummi-Dinger und halb halt Haribo. So schmeckt er. Der schmeckt eins zu eins nach diesen Dingern. Boah, jetzt habe ich auch noch Hunger. So, da haben wir schon mal den Autofrito von Novi. In der Dart. Ich könnte auch mal da bei Renzino gehen und so eine PvP-Folge machen. Aber ich habe gesehen, wie die da spielen. Ich habe mal beim anderen Let's Player reingeguckt. Und das war eigentlich... Die haben alle auf den Dächern gecampt. Die haben wirklich alle auf den Dächern gecampt. War schon ein bisschen lame. Und jetzt schauen wir mal hier. Ich muss sagen, muss jemanden zu töten. Hat ja in der Standalone gar nicht mehr so viel Sinn wie bei der Mod. Wenn du mir zum Beispiel ein ganzes Magazin reindrückst... Also ziemlich alles, was der bei sich hatte, ist einfach am Arsch und unbrauchbar. Mhm. Du musst in den Kopf schießen. Ja. Ja, das hätten die bei der Mod echt vielleicht auch mal ändern sollen. Ja, das wird es wirklich gut. Aber ich weiß nicht. Ich finde trotzdem... Das wird es extrem gefährlich, wenn du bei der Standalone Spieler leben lässt. Ja. Es ist halt immer so eine Frage des eigenes Ermessens so. Ob man den leben lässt und sich es einfach riskiert oder ob man den abknallt. Perry, wir laufen gleich nach Starry durch, okay? Alles klar. Novi, Novi ist... Ich bin eben auf zwei Server vorher, da bin ich auch durch Starry gelaufen, bitte. Am Sniperberg. Der Perry hat sich nämlich schon mal die ganzen Gebiete angeguckt. Und jetzt ist er der... Der Lord of Tactical und kann uns sagen, von wo aus wir die beste Position haben. Ah. Und ich finde, unsere Position ist gerade nicht so die beste. Obwohl die eigentlich gesagt haben, dass wir so an Bäumen entlang laufen möchten. Aber, aber, Luca, wir brauchen dieses Kribbeln, die man beobachten könnte. Die jede Sekunde einen Entschuss peilen könnte. Die ich am Boden liegen könnte. Jo Leute, danke erstmal fürs Zuhende schauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar. Hier oben habt ihr jetzt noch die letzte DayZ-Folge. Und unten den letzten DayZ-Standalone-Part. Haut rein!